Kennst du dieses Gefühl? Es ist ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint und du genießt eine Freistunde nach der Schule im Park. Doch dann bemerkst du, dass du die Zeit übersehen hast und rennst eilig zur Straßenbahn, die dir aber wieder vor der Nase wegfährt. Ich verwende in solchen Situationen immer meine Teleportzelle. Schon ist man dort, wo man hinwollte. Hoffentlich bin ich noch pünktlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017